Herzlich Willkommen bei Cosmopolitics im Club heute. Schön seid ihr alle da, trotz Corona. Herzlichen Dank auch für die Geduld beim Registrieren. Wie ihr bestimmt wisst, gilt heute Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung. Es darf auch nach wie vor konsumiert werden, aber nur im Sitzen, gemäss den neuesten Regeln. Die Veranstaltung wird heute auch live gestreamt. Es gibt auch einen Live-Chat, wo Fragen gestellt werden können. Herzlich Willkommen auch ans Publikum zu Hause. Wie immer gilt bei Cosmopolitics, die Veranstaltung ist gratis, aber es gilt pay as much as you can. Wenn ihr wollt, könnt ihr den kulturfreien Kosmos unterstützen, damit wir weiterhin diese Veranstaltungen anbieten können. Ihr seht da am Schluss einen QR-Code, wo ihr twinten könnt. Oder es hat auch eine Urne, wo ihr Fahrgeld spenden dürft. Die heutige Veranstaltung ist eine Buchweinissage und Diskussion in einem. Cedric Wermuth, frisch gewählter SP-Ko-Präsident, und Beat Ringer. Genau, kurzer Applaus, sorry. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite natürlich. Und Beat Ringer stellen ihr neues Buch vor, die Service-Public-Revolution. Im Anschluss gibt es eine Diskussion und natürlich auch die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen. Und natürlich gibt es da hinten auch einen Büchertisch, wo ihr euch gerne bedienen dürft. Und nun übergebe ich gerne an die Moderation des Abends Sarah Schmaltz, die auch gleich die Gäste vorstellt. Viel Spass und herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön sind Sie doch so zahlreich da. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass heute so viel Publikum trotzdem da ist. Genau, wie gesagt, ist das heute eine Buchweinissage mit anschließender Diskussionsrunde. Und die beiden Herren an meiner rechten Seite wurden schon kurz vorgestellt. Das sind die beiden Autoren des Buchs, die Service-Public-Revolution, das im August im Rotpunktverlag erschienen ist. Das ist zum einen Cedric Wermuth, Nationalrat, und seit kurzem eben Co-Präsident der SP. Und Beat Rinker, der langjähriger Sekretär war der Denkfabrik Denknetz. Ja, genau, das ist mir jetzt gerade kurz empfallen, aber das weiß ich natürlich eigentlich. Das kann passieren bei der Anmoderation, genau, wenn man etwas nervös ist. Langjähriger Sekretär der Denkfabrik Denknetz, grüner Politiker auch und Publizist. Zu meiner Linken ist einerseits Ronja Janssen, User-Präsidentin und Jonas Kampus, der aktiv ist im Klimastreik. Genau. Und als erstes würden die beiden Moderatoren gleich selber etwas zu ihrem Buch sagen. Wir haben vereinbart, dass wir die Maske abziehen, wenn wir sprechen und sie sonst tragen. Wir sagen einige einleitende Sachen zum Buch. Wir haben dazu fünf Kernaussagen, die wir jetzt vorstellen. Bevor ich einsteige, noch ein Hinweis eben auch auf meine Herkunft im Denknetz. Einiges, was ins Buch auch Eingang gefunden hat, ist natürlich auch Ergebnis langjähriger Arbeit in der SP, aber im Denknetz auch und in Bewegungen und so weiter. Und im Denknetz eben systematisch als ein Ort, in dem grundlegende politische Fragen aus fortschrittlicher Sicht erarbeitet werden. Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, es hat eine Karte, die aufliegt. Das Denknetz ist ja ein Think Tank von unten, eine Denkfabrik von unten und lebt davon, dass mittlerweile etwa 1700 Mitglieder beim Denknetz dabei sind und es freut uns, wenn es immer mehr werden. Ja, dann zum Buch selber. Die erste Aussage, die wir machen zum Buch, die lautet, es braucht einen System Change. Nicht nur aus Klimasicht, sondern auch aus ganz vielen anderen Aspekten, beispielsweise Gesundheitspolitik oder die Frage sozialer Gerechtigkeit. Wir sind an einem Punkt, bei dem nur noch ein System Change eine Basis schafft, die uns erlaubt, Gesellschaften wieder zukunftsfähig zu machen. Wir sind bei unseren Recherchen zum Buch auf ein Beispiel gestossen, das das sehr deutlich macht. Und zwar geht es um Beatmungsgeräte. Beatmungsgeräte spielen ja bei Leuten, die schwer an Covid-19 erkranken, eine wichtige Rolle. Das wurde vor allem zu Beginn der Pandemie auch intensiv diskutiert und es war klar, in ganz vielen Ländern dieser Erde fehlt es an solchen Beatmungsgeräten. In gewissen Ländern gibt es dann nur drei, vier. In ärmeren Ländern natürlich viel zu wenig, um die Leute entsprechend zu behandeln und zu versorgen. Nun haben wir dann gelernt, dass diese Bedeutung dieser Beatmungsgeräte schon viel früher auch so deutlich geworden ist, nämlich bei der ersten Epidemie damals nur mit SARS-1, also dem Vorläufer des Covid-19-Erregers. Das war 2003, 2004. Beide Erreger gehen sehr stark auf die Lunge und machen eben diese Beatmungsmöglichkeiten zu einem wichtigen Element einer allfälligen Behandlung. Und damals hat die US-Regierung die Schlussfolgerung gezogen, dass es eben zu wenig solche Beräte gibt und vor allem zu wenig einfach bedienbare und günstige Beatmungsgeräte. Und dann hat sie eine breite Kampagne lanciert und alle Universitäten und Institute und so weiter eingeladen, solche einfachen Beatmungsgeräte zu entwickeln und das war auch erfolgreich. Und es wurde dann eine Firma beauftragt, diese Geräte zu produzieren und dann ist diese Firma aufgekauft worden von einem grossen Konzern. Und zwar einem Konzern, der viel teurere Beatmungsgeräte herstellt. Der Preisunterschied ist 5'000 zu 100'000 Dollar oder Franken. Und was hat dieser Konzern gemacht? Er hat die Produktion eingestellt. Und das hat mit Sicherheit ganz vielen Menschen jetzt in der neuen Pandemie das Leben gekostet, dass eben nicht erfolgreich die Welt versorgt werden konnte mit einfach bedienbaren, günstigen Beatmungsgeräten. Die übrigens auch in einigen Ländern des Nordens durchaus sinnvollen Einsatz gefunden hätten. Und das zeigt, wo wir heute stehen. Wir werden immer mehr, erhalten wir nicht mehr das, was wir brauchen. Eben beispielsweise Beatmungsgeräte, aber auch zum Beispiel Antibiotika, Medikamente, die wir dringend brauchen, weil die Problemlage sich sehr stark verschärft. Und da eigentlich auch eine Pandemie unterwegs ist mit den multiresistenten Keimen, nur spricht niemand davon. Wir erhalten nicht gute Lebensmittel, wir erhalten nicht sauberes Wasser für alle Menschen dieser Erde und so weiter. Das erhalten wir alles nicht und eben immer weniger. Und wir erhalten dafür immer mehr von all den Dingen, die wir nicht brauchen können. Klimaerhitzung und so weiter und so fort. Und das hat, trotz allen Regulierungen, die ja gemacht werden in den letzten Jahrzehnten, sind enorm viele Sachen reguliert worden, hat sich das nicht gedreht, sondern es hat sich verschärft. Und das ist eine Beobachtung, die verdeutlicht, warum wir eben eine grundlegende Änderung brauchen. Eine Änderung, die uns wegbringt vom Profit als zentralen Motor gesellschaftlicher Entwicklung und hier einen Bruch macht, einen Wechsel macht zugunsten der Bedürftigkeit und des Bedarfs der Gesellschaften. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage, jetzt brauchen wir, wenn wir das sagen, brauchen wir fassbare Alternativen, konkrete, unsere Überzeugung, dass wir genau sein müssen und dass es nicht reicht, ein paar abstrakte Formeln vorzuschlagen, sondern dass wir Vorstellungen entwickeln müssen, wie den Alternativen aussehen. Und da finden sich im Buch ganz viele dazu, zum Beispiel Stichwort Pharma fürs Volk, ein Konzept, wie man eben die Pharma-Branche dazu bringt und wie die öffentliche Hand sich einbringt, sodass wir wieder zu den Medikamenten kommen, die wir brauchen. Zum Beispiel Pflege und Betreuung, gibt es Beispiele aus Holland jetzt in diesem Fall, von Würzorg, ein sehr erfolgreiches Modell, das sehr viel besser die Menschen mit guter Pflege und Betreuung versorgt, als das heute in diesen heutigen Systemen der Fall ist, die sehr industriell gedacht sind. Beispielsweise solidarische Landwirtschaft, Klimawerkstätten und so weiter und so fort. Wir haben hier eine ganze Fülle von Vorschlägen, ganz konkrete, die auch politisch eingebracht werden können. Wir sind aber auch der Überzeugung, dass es nicht reicht, nur eine Vielfalt von Beispielen und von Projekten vorzustellen und politisch daran zu arbeiten. Es braucht auch eine Ganzheit, eine Vorstellung über die gesamte Gesellschaft, wie sie funktionieren soll. Wir haben uns zwei Stichworte im Buch angeeignet oder vertreten sie im Buch. Das eine ist die globale Care-Gesellschaft, das ist eine Begrifflichkeit, wie sie das Denknetz entwickelt hat. Also Care im Sinne von starker Aufwertung der Care-Arbeit. Dann aber auch Care überall sonst, also dass eben Care-Aspekte auch dort viel grössere Bedeutung bekommen, wo sie heute nicht wertgeschätzt werden, zum Beispiel in normalen Betrieben, wo es dann eben sehr viel zu Burnouts kommt und so weiter, weil die Aspekte des Care nicht beachtet werden. Und das Care-Paradigma, also das Paradigma der Sorgsamkeit als Leitspur, eben beispielsweise auch im Umgang mit der Natur. Das ist das erste, die erste Begrifflichkeit. Und die zweite ist, die haben wir entwickelt während des Schreidens, die Service-Public-Revolution. Also die Aussage, dass die künftige Entwicklung der Gesellschaft, auch ökonomische, politische, gesellschaftliche als Ganzheit basieren muss auf einer starken, massiven Weiterentwicklung dessen, was öffentliche Dienste sind, in einer breiten Palette, wie wir sie dann im Buch eben schildern. Und die dritte Aussage ist, die wir machen mit diesem Buch. Wir müssen Begrifflichkeiten schaffen und uns in die Lage versetzen, jenseits der linken Bubble wieder anzuknüpfen an die Erfahrungen der Menschen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Service-Public-Ansatz so ins Zentrum rücken. Service-Public ist etwas sehr Vertrautes einerseits und andererseits lässt es sich auch als Begriff brauchen, um zu erklären, wie er ausgebaut werden kann und in diesem Ausbau, wie dann angeknüpft werden kann an Erfahrungen, die die Menschen kennen, beispielsweise politisches Engagement, beispielsweise Engagement in Vereinen. In der Schweiz gibt es gleich viele Vereine und Genossenschaften und Stiftungen, wie es Unternehmen gibt. Aber wer weiss das schon, dass Menschen genauso häufig im nicht-kommerziellen Bereich kollektiv organisiert sind, wie im kommerziellen, wenn es auch um wirtschaftliche Aspekte geht und so weiter. Und den Begriff Revolution, der soll verdeutlichen, dass es eben um eine wirkliche Wende geht. Deshalb der Begriff der Service-Public-Revolution. Und jetzt ergänzt Cedric die Vorstellung des Buches. Herzlichen Dank, Beat. Herzlichen Dank für die Einladung, dass wir das heute Abend hier machen können. Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Ich muss ehrlich sagen, es ist die einzige Veranstaltung, die überlebt hat in den nächsten zwei Wochen. Alle anderen wurden bereits abgesagt. Von daher bin ich auch sehr froh, dass ihr gekommen seid, dass ihr überhaupt Leute da habt. Ich will es nicht allzu viel verlängern. Ich bin überrascht. Ich habe Beat noch nie so kurz sprechen gehört. Ich weiss nicht, was dieser Zusammenfassung. Ich möchte gleich am Schluss beginnen. Das war auch einer der Vorwürfe. Wir haben übrigens eine Dank, also nicht wir, der Verlag hat verdankenswerterweise zugelassen, dass wir verschiedene Leute fragen durften für einen Kommentar bereits zur Publikation des Buches. Das ist auf der Webseite des Rotpunkt Verlages auch aufgeschaltet. Und immer wieder wurde das, was Beat vorher angesprochen hat, auch kritisiert. Die Frage der Begrifflichkeit. Es sei unpräzise, was wir denn genau meinten. Und die Überlegung, wie ich von meiner Seite auch zu dieser Neuformulierung gekommen bin, ist eine Anekdote, die ich immer wieder erzähle. Es war im Zusammenhang mit einem Projekt von meinem Chef, wo ich eine Agentur, bei der ich bis Samstag um vier Uhr nachmittags gearbeitet habe, jetzt nicht mehr, die Kampagnen und Kommunikation für NGOs und linksgrüne Anliegen macht. Und der einmal den Satz gesagt hat in einer Diskussion und den werde ich nicht mehr los. Es geht heute nicht mehr darum, links oder rechts zu sein, sondern das System zu verändern. Und für mich war das eine schockierende Erkenntnis, dass jemand, der durchaus offen, ausgeschlossen, wahrscheinlich sich als links bezeichnen würde, diese Begrifflichkeit des Linkssein, Sozialdemokrat, Grüner, was auch immer, nicht mehr mit der Frage der systematischen Veränderung in Verbindung bringt. Und der Versuch der Service Public Revolution war oder ist, dort anzuschliessen. Und wir können sehr gerne darüber diskutieren, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich möchte nicht, dass Immunisierung überhaupt nicht, sondern als Einstieg zur Diskussion zwei weitere Kerngedanken aber vor allem anfügen. Wir haben auch einige der Kommentare immer wieder gelesen, die gesagt haben, ja gut, das Konzept ist das zwar spannend, aber wie sollen wir das machen? Und uns scheint das tatsächlich eine der ganz grossen Fragen, also zugegeben, die Feststellung ist banal, der politischen Strategie zu einer solchen entsprechenden Umsetzung. Wir haben dieses Buch aber in einem Moment geschrieben, wo wir das Gefühl haben, nicht wegen Corona, sondern vorher steht eigentlich Die Linke, das wir darunter verstehen, in einem historisch sehr interessanten Moment genau für dieses Projekt. Beat hat es ausgeführt, Covid und Corona weisen als zwei von verschiedenen Aspekten der multiplen Krise auf das Problem hin, dass uns immer wieder das, was uns öffentlich als Motor von Innovation und Fortschritt verkauft wird, die Orientierung an der Kapitalverwertungslogik, die Profitlogik, wenn man so will, zum Hindernis wird. Und das ist eine Erkenntnis, die wir glauben, wir verbinden können aus gewerkschaftlicher Perspektive, aus Perspektive des Klimastreikers, aus Perspektive all jener, die jetzt plötzlich in der Covid-Krise als systemrelevant gelten, die sogenannten insbesondere Pflege- und Care-Berufe bezahlter und unbezahlter Natur. Und eigentlich wollen wir gar nicht selber oder mit Überzeugung eine neue Strategie vorschlagen, sondern wir finden eigentlich die Strategie, die geplant gewesen wäre, Jonas kann das besser ausführen des Klimastreikers, die dann mit Covid auch in Konflikt kam, zu sagen, wir verbinden diese Kämpfe im Strike for Future, der jetzt auch wieder angesagt ist, bis im Mai mit einem konkreten Programm genau die richtige. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir schaffen müssen. Es gibt Vorschläge, nicht von mir, das hat Beat in einem anderen Zusammenhang mit anderen entwickelt. Ich glaube, du hast das auch da, eines Programms, das genau versucht, in diese Richtung Covid-Klimapakt zu gehen, in der wir sagen, wir müssen die Frage, was passiert mit all den Menschen, die jetzt in finanziell prekären Situationen sind, die ihre Jobs verlieren, die nicht mehr wissen, wie sie ihr Einkommen finanzieren sollen. Wie kriegen wir ein Programm hin, das diesen Menschen eine Perspektive gibt, das nicht einfach zurück zum Status quo geschieht? Ganz politisch als neu gewählter Co-Präsident der SP Schweiz ist die Frage sehr, sehr aktuell. An einem Beispiel kann man das zeigen. Ich würde eine Wette im Moment nicht eingehen oder ich würde sie eingehen, dass die Chance relativ gross ist, dass die Eidgenossenschaft in spätestens einem Jahr in Besitz einer im Wesentlichen wertlosen Airline ist, deren Kredite wir nicht zurückerhalten. Das mag eine Anekdote der Geschichte sein, aber die Tausenden von Arbeitsplätzen, die dabei verloren gehen, ist für die Betroffenen keine Anekdote. Und diese Menschen haben, wenn wir die Klimakatastrophe ernst nehmen, in dieser Branche noch weniger eine Perspektive als jetzt. Und wir müssten darum dort ansetzen und vorschlagen, dass wir parallel zum Rückbau des Flugverkehrs, der unbeschrittenermassen meines Erachtens nötig ist, ich glaube, da sind wir uns hier auch durchaus einig, ein Umschulungsprogramm jetzt vorschlagen könnten, in Richtung von Care und öffentlichen Berufen. Warum? Weil natürlich Menschen, und diese Diskussionen sind jetzt ja auch öffentlich ein bisschen angelaufen unter ein bisschen anderen Vorzeichen, im Bereich der Flugzeugindustrie durchaus viel Erfahrung haben mit dem Gedanken der Dienstleistung an anderen Menschen, des Servicegedankens. Und das sind praxisnahe Momente, Beispiele, wo wir den Menschen, glauben wir, in der Logik der Service-Public-Revolution mit aufzeigen können, wie es eine Perspektive für gute, sinnvolle Arbeit gibt, die nicht ein Zurück zum Status Quo sein muss. Die zweite grosse Kritik, die immer wieder gebracht wurde, ist die Frage, ist der Begriff der Revolution gerechtfertigt? Die WOTS fand ihn anmassend, Ronja und Jonas auch in ihren beiden Kommentaren zum Text. Der Tagesanzeiger fand ihn präzise, weil man jetzt endlich sieht, wie fies die Linken eigentlich sind und so. Und uns ist bewusst, dass wir das rechtfertigen müssen. Der Begriff der Revolution ist ja sehr unbestimmt. Und wir haben ihn deshalb gewählt. Und das scheint uns schon wichtig, weil wir das Gefühl haben, es geht um ein zentrales Element, und zwar eine Revolution. Eine Umdrehung bedeutet primär die Ablösung der jetzt herrschenden Eliten. Und das ist eigentlich, glaube ich, kann man schon sagen, das war die Suche, die wir eigentlich schon vor Covid überlegt haben, wo wir schon lange mal etwas dazu formulieren wollten, die erschreckende Feststellung, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem eine herrschende Klasse, eine herrschende Elite, die durchaus noch vielleicht sogar bis vor ein Jahrzehnten eine treibende Kraft war in ihrem Sinne, in der Weiterentwicklung des globalen Kapitalismus wirklich keine einzige interessante Perspektive mehr zu bieten hat. Die letzte Chance, die sie jetzt noch haben, das sind die Leute Trump, Bolsonaro, Erdogan, die dieses Modell der neoliberalen Weltintegration mit einer autoritären Schlagseite, die nette Variante, weiterentwickeln und nur in dieser Logik ihre Herrschaft aufrechter erhalten können. Es ist eigentlich abstruss zu sehen, wie hilflos diese globale Elite auch der globalen Klimakrise gegenübersteht. Sie ist nicht einmal in der Lage, ein grün-kapitalistisches Programm wirklich auf die Beine zu stellen, um dieser Krise zu begegnen. Ich persönlich bin sicher, das würde nicht ausreichen, aber es wäre zumindest eine politische Perspektive, auf der man Hegemonie wieder aufbauen könnte und nichts in dieser Richtung ist in Sicht. Darum haben wir uns getraut und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Zeichen, das zu setzen. Wir glauben, wir brauchen wieder eine politische Linke, die sich hinter dem Projekt einer Ablösung der herrschenden Machteliten vereinigen kann und sich auch getraut zu sagen, natürlich können wir alle gesellschaftlichen Zustände und Zusammenhänge unendlich dekonstruieren. Wir machen das auch und in aller Präzision und wir wollen nicht übersimplifizieren. Aber am Schluss hat linke Analyse etwas mit der Feststellung, dass es so etwas wie Macht und Herrschaft in einer Gesellschaft gibt und wenn es Macht und Herrschaft gibt, dann gibt es Leute mit mehr Macht und mit mehr Herrschaft und die sind am Schluss verantwortlich dafür, wenn wir gesellschaftliche Herausforderungen nicht bewältigen können. Und links sein bedeutet, sich das auch wieder getrauen, entsprechend zu benennen. Und dahinter steht eine Strategie, wo wir glauben, dass wir noch am Suchen sind. Das ist eine offensichtliche Feststellung, die sich aber nicht so schnell entscheiden muss an der berühmten Frage, ob Partei oder Bewegung, ob Wahlen oder Streik. Warum auch? Wir werden das, Matthäa Meier und ich, werden das seit Wochen gefragt. Am Anfang war es so nett, wollt ihr jetzt Partei oder Bewegung? Gegen Schluss war es so wie eine Drohung, Partei oder Bewegung, entscheide dich. Wir haben nie verstanden, warum wir uns entscheiden sollten für diese Frage. Wer hat denn gesagt, dass das eine Entscheidung ist? Warum soll man nicht die Spielräume, und da bin ich überzeugt, dass es die gibt, einer parlamentarischen Demokratie nutzen und gleichzeitig sagen, selbstverständlich müssen wir gesellschaftliche Kräfteverhältnisse aufbauen und dafür brauchen wir den Frauenstreik. Das macht der Klimaschreik in bewundenswerter Art und Weise. Und nur das wird Herrschaftsverhältnisse am Ende tatsächlich verändern. Das sind die fünf Kernaussagen, die wir vorschlagen würden, mit in die Diskussion zu nehmen und danken schon mal für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ihr beide habt schon sehr vieles jetzt angeschnitten, und ich möchte gerne mit euch diskutieren. Entschuldigung, genau. Ihr beide habt schon sehr vieles jetzt angesprochen von den Themen, die ich gerne diskutieren möchte. Sie haben gesagt, die WOTS hätte das ein bisschen anmaßend gefunden, dass man das Buch Die Service-Public-Revolution getauft hat. Ich würde nicht sagen anmaßend, aber man kann vielleicht sagen, es ist schon etwas waghalsig vielleicht, weil sie möchten ja mit dem Buch nicht weniger als eine Antwort geben auf die Krisen unserer Zeit. Und davon gibt es ja scheinbar endlos viele im Moment. Es gibt den Klimanotstand, es gibt die Pandemie, es gibt die Ungleichheiten global, verschärfen sich, es gibt einen aufsteigenden Rechtspopulismus. Und ist es da nicht ein bisschen waghalsig, dann mit Ihrem Buch darauf, auf all diese Krisen eine Antwort bieten zu möchten? Ich beginne vielleicht mit der Antwort. Wir haben das vielleicht ein bisschen so, dass BOMO immer wieder diskutiert, dass wir sagen würden, die Service-Public-Revolution ist nichts alles. Aber ohne die Service-Public-Revolution sind wir überzeugt, es ist alles nichts. Also wenn wir es nicht schaffen, die zentralen Bereiche unserer Gesellschaft, in der Herrschaft ganz fassbar vermittelt wird, zum Beispiel die Frage, wer entscheidet im Bereich der Finanzdienstleistungen darüber, wo gesellschaftliches Kapital investiert wird. Wer entscheidet in der Pharma-Branche darüber, welche Medikamente hergestellt und nicht hergestellt werden? Also wo macht über die Frage, wer stirbt und wer lebt, welche Krankheiten wer behandelt und wer nicht. Wenn die nicht in den Bereich der Gemeinnützigkeit, wenn Sie so wollen, oder der Nützlichkeit zurückgeholt werden, dass dann alle anderen Versuche machtlos bleiben. Und ehrlich gesagt ist es nicht viel mehr als diese, zugegeben, nicht neue, banale Erkenntnis. Das war auch nie der Anspruch des Buches. Viele haben uns dann ein bisschen, also viele, nein, die Watts hat unter anderem uns vorgeworfen gesagt, ja, wenn man der Revolution sagt, muss man etwas Neues wollen. Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass der Linke nicht daran mangelt, dass sie eine neue Idee haben muss, sondern dass sie mit der Feststellung, dass die Profitorientierung nach wie vor zu den absoluten Kernen der Probleme gehört, und darauf haben wir uns konzentriert, absolut recht hat. Es geht vielmehr darum, erstens sich getrauen, das wieder zu benennen, und zweitens eine Strategie zu entwickeln, die diese Frage auch stellt und sie nicht immer versucht zu umgehen, weil es dann eben wehtut. Dr. Gänzene. Okay. Genau. Dann reden wir doch über diese Service-Public-Revolution, die er skizziert. Die zentrale Forderung des Buches lautet, dass wir das privat akkumulierte Kapital zurückverteilen, drastisch zurückverteilen, und dann die zentralen Infrastrukturen unserer Gesellschaft, etwa der Bereich der Pflege, des Gesundheitswesens und der Banken, der Profitlogik entziehen. Ist das etwa richtig zusammengefasst? Also was wir sagen ist, dass die Gesellschaften genügend Kraft haben müssen, bei jedem Bedarf, der entsteht, und der Bedarf ist sehr breit angelegt, aus der Gesellschaft heraus, aus den Problemen, die wir haben, sich durchzusetzen gegenüber den Interessen des Kapitals. Ich würde es so formulieren, also wenn wir feststellen, Klimawandel, wir stellen fest, das muss rasch, muss vieles ändern, da muss die Gesellschaft die Kraft haben zu sagen, es wird nicht mehr investiert, ab sofort kein Geld mehr für all diese problematischen Fördermethoden, wie Fracking, Teersand, oder Tiefseebohrungen, das macht bereits 70% aller Investitionen heute aus, in die Förderung von Erdgas und Erdöl und sofortigen Stopp von Kohle, oder? Und das muss man durchsetzen, und das ist eine, meines Erachtens, eine Revolution, wenn das gelingt, die Gesellschaften so zu stärken gegenüber den Interessen des Kapitals, dass wir uns durchsetzen, dann haben wir ganz andere politische und gesellschaftliche Verhältnisse, und das müssen wir durchsetzen, da gibt es keinen Weg daran vorbei, wenn wir wirklich die Probleme lösen wollen, vor denen wir heute stehen. Vielleicht eine Frage an dich anschliessend, Ronja, du kennst als Juso-Präsidentin ja das politische Klima dieses Landes, du kennst auch, oder du weisst, wie stark das Dogma hier eben gerade ist, dass das stark klein gehalten werden müsse, ja, dass ein starker Service-Publik irgendwie nur auf einer prosperierenden Privatwirtschaft möglich ist, wie überwinden wir dieses Dogma, und wo siehst du am meisten Spielraum konkret wirklich für Umwälzung? Das würde, glaube ich, jetzt eine mega, mega lange Antwort brauchen, um das angemessen zu beantworten. Ich glaube, es gibt verschiedene Elemente. Ich finde den Ansatzpunkt des Service-Publics ein guter, gerade auch in der Corona-Krise, wo es ja durchaus eben diese Risse gegeben hat, wo die Leute plötzlich waren, hey, es ist irgendwie nicht in Ordnung, dass mit unseren Grundbedürfnissen Profite gemacht werden. Aber was ein bisschen meine Kritik an der ganzen Sache ist, dass es halt nur den halben Weg geht, weil schlussendlich reicht es nicht, wenn wir uns einfach gewisse Bereiche zurückerobern und dem Kapital diverse Wirtschaftszweige lassen wo weiterhin Profite geschäffelt werden, sondern schlussendlich geht es um eine Demokratisierung aller Lebensbereiche und die hört nicht auf vor den Toren von Konzernen oder am Rand dessen, was man unter Service-Public zusammenfassen kann. Ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Punkt und ich glaube, ein Punkt, und das wurde auch schon angetönt, der das Buch eben auch nicht anspricht, ist wirklich, Cedric hat es schon gesagt, wir haben im Moment nicht einfach zu wenig gute Ideen in der Linken, sondern was wir nicht haben, ist Menschen, die Hoffnung haben, dass sich etwas ändern kann. Und ich glaube, darauf müssen wir schon auch eine Antwort finden und ich sehe nicht ganz, wie wir das alleine mit dem Konzept der Service-Public-Revolution erreichen können und das finde ich ziemlich schwierig. Ich glaube, um diese Wohnenschein der Service-Public-Revolution wirklich bruchbar zu machen, müssen wir uns auch überlegen, wie können wir Menschen auch emanzipieren, wie können wir Menschen die Möglichkeit geben, diesen Service-Public dann auch wirklich mitzugestalten, weil wenn wir einfach die Macht in den Start des Handels verschieben, dann haben wir noch nicht so viel gewonnen, solange die Menschen nicht auch die wirkliche Fähigkeit haben, den Start mitzugestalten, Ich glaube, das sind so einige Gedanken, die mir sehr wichtig sind, aber wie man das konkret macht, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Eben, ich glaube, es braucht Emanzipation der Menschen, die Hoffnung schafft auf Veränderung, es braucht natürlich gerade diese mittelfristige Perspektive, die die Service-Public-Revolution auch anbietet. Genau, und jetzt habe ich gerade meinen dritten Punkt verloren, und das wird ein bisschen peinlich. Ich sage es nochmals, falls ich es hier nicht Das kann ich auch hier noch mal einhaken, weil du hast jetzt auch so die Hoffnung auf Veränderung angesprochen. Mein Eindruck war so, dass am Anfang der Pandemie, der Corona-Pandemie, dass man da mehr Debatten geführt hat. Also das Virus hat ja ganz vieles offen gelegt, oder einerseits die große Ungleichheit global, aber es wurde auch viel über Solidarität diskutiert, es wurde offenbar, welche Berufe eben für eine Gesellschaft zentral sind und welche nicht, und dass eben die wichtigen Arbeiten nicht unbedingt die sind, für die die großen Löhne bezahlt werden. Mein Eindruck ist, dass das dann so ein bisschen, dass die Debatten dann aber ein bisschen stecken geblieben sind in ihren Anfängen und dass das wieder ein bisschen versandet ist im Verlauf der letzten Monate. Wie ist da euer Eindruck? Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, viele der Debatten sind leider versandet. Eben, wir haben am Anfang der Krise auch mega viel über Solidarität gesprochen, aber ich glaube, man hat auch ein bisschen verpasst, zu sagen, was damit gemeint wird. Es war eine Solidarität, die ziemlich im Einklang, also eine privatisierte Solidarität sozusagen, wo man einfach den Leuten gesagt hat, hey, solidarisch ist, wenn du irgendwie für dein Grossi einkaufen gehst und für deinen direkten Nachbar da bist, aber das ist sicher auch etwas Wichtiges und das hat sicher auch coole Gruppen geschaffen, eben zum Beispiel auf diesen Plattformen, wo Leute sich organisiert haben. Einkaufen für den Nachbarn. Genau, aber es ist halt wie nicht alles und ich glaube, man hat es nicht geschafft, diese Debatte weiterzuziehen und eben irgendwie auch eine gewisse Klassenperspektive aufzuzeigen und aufzuzeigen, hey, Solidarität auf eine politische, staatliche Ebene übertragen, muss auch heißen, dass wir zum Beispiel eine Krisensteuer einfordern, muss auch heißen, dass wir die Reichsten jetzt zur Kasse bitten, weil es die sind, die seit Jahrzehnten profitiert haben von diesem System und weil es schlicht und einfach die sind, die das zahlen können, ohne daran zu verrecken und ich glaube, das hat man wirklich verpasst. Jonas, vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage, das Buch will ja auch eine Antwort sein auf die Klimakrise, was taugt es dazu oder was fehlt deiner Meinung nach? Ja, also einfach auch, um daran anzuknüpfen, also ich glaube, worauf ich in Gebär und sehr dankbar bin, ist irgendwie diesen Versuch auch, die Klimakrise mit anderen Themen zu verknüpfen, diese auch mit Corona dort einzubetten und das, was vorgeschlagen wird, also ich habe vieles ja auch schon vorher auch in Gesprächen mit euch zwei auch immer wieder irgendwie schon gehört und so weiter und sie sind sicherlich nicht schlecht und vieles ist auch etwas, das, glaube ich, gewisse Anhaltspunkte oder gewisse Punkte gibt, die, wo man anknüpfen kann, zum Beispiel die Klimawerkstätte, die Leute kennen, zum Beispiel die ganzen Repair-Cafés und so weiter, das ist etwas, das wir unbedingt brauchen oder zum Beispiel eben, dass irgendwie Solarpanels einfach auf alle Dächer gehören, das sollte einfach selbstverständlich sein. Es gibt auch ein paar Dinge, mit denen ich weniger einverstanden bin, zum Beispiel halt der Einsatz auch von Elektroautos immer noch in Zukunft in einer gewissen Weise, ihr habt da gesagt, die wollen das sehr stark einschränken, ich sehe da gar, praktisch gar keine Verwendungszwecke in der Zukunft, ich glaube, wir haben jetzt gerade heute mit dem Wahllimbo Bolivien wiedergesehen, dass die Leute nicht wollen, dass auch Unmengen von Lithium irgendwie an Tesla, ja, dass Tesla einfach Unmengen an Lithium abbauen kann, es wird sich da auch weltweit widerstehen und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man als Linke seinen Wohlstand eben nicht einfach auf der imperialen Ausbeutung in anderen Ländern ausbeutet und ich glaube, das ist ein grosses Thema, das im Buch auch häufig, zum Teil vielleicht ganz wenig angesprochen wurde, aber nicht ausdiskutiert wurde und ich glaube, das stellt sich gerade in den nächsten Jahren sehr stark, also auch gerade in einer gewerkschaftlichen Linken, also zum Beispiel gerade auch konkret, wenn es um die Flugbranche geht, also da ist es einfach so, dass auch da gerade sofort auf Widerstand, dass man da sofort auf Widerstand stösst, aber was diese Leute dann eigentlich machen, ist, dass sie ihren Genossinnen im globalen Süden eigentlich einfach das Recht auf Leben oder das Recht auf Arbeit verwehren, also das sieht man auch in anderen europäischen Ländern, besonders in Deutschland, dort einfach die grossen Gewerkschaften für ihre Arbeiterinnen, für ein paar tausend Arbeiterinnen sehr gute Konditionen irgendwie aushandeln, aber schlussendlich das einfach auf Kosten geht im globalen Süden. Und ich glaube da, also um auch noch das anzusetzen bei den anderen, dass ich glaube gerade auch, also wie wir das jetzt konkret machen und so weiter und ich glaube da stellt sich schon die grosse Frage, weil ich glaube, dass da auch in der Linken momentan noch sehr viel offen ist oder also ich habe da nicht besonders viel Vertrauen in die inszenen Linke, also gerade auch im deutschsprachigen Raum, die momentan ehrlich gesagt nicht besonders viel auf die Reihe bringt, also in Deutschland behalten die grünen Autobahnen und die SPD ist nicht besonders solidarisch mit Flüchtlingen und das Gleiche in Österreich, aber gleichzeitig haben wir in den letzten zwölf Monaten eine unglaubliche Protestwelle gesehen, also wir haben gesehen, dass, ich meine, wir hatten mit dem Klimastreik, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre wirklich eine unglaubliche Protestwelle in der feministischen Bewegung schon länger und jetzt einfach, ich meine, es ist einfach jede Woche irgendwo in einem Land gehen Millionen von Menschen auf die Strassen. Ich glaube, für das setzt dieses Buch genau am richtigen Punkt an, den Versuch, diesen Menschen auch ein Programm zu liefern. Ich möchte vielleicht anknüpfen an das, was du über die globale Perspektive gesagt hast, weil es ist auch etwas, was für mich ein bisschen offen geblieben ist bei der Lektüre dieses Buches. Also ich meine, der Reichtum der Schweiz und andere Industrienationen, beruht nun mal auf der Ausbeutung des globalen Südens und auch ihr sagt ja deshalb, es braucht eine globale Kehrgesellschaft oder ihr beschränkt euch nicht nur auf die Schweiz, auch wenn das Buch den Fokus darauf richtet. Dann schreibt ihr dazu, sämtliche für die Allgemeinheit relevanten Organisationen, Institutionen, Unternehmen und Weltkonzerne müssen das tun, was den Menschen dient und das unterlassen, was ihnen schadet. Das klingt gut, aber wie will man das, wie will man sie dazu bringen? Also mit den, dass das extrem wichtig ist, die Fragen global zu denken und die Spaltung Süden, Norden zu überwinden, da sind wir uns restlos einig. Da bin ich völlig gleicher Meinung. Ich habe es vorher gesagt, ich glaube, wir müssen konkret werden, wenn wir entwickeln wollen, wie das geschehen soll. Weil wenn wir das nur generell sagen und dann nur anklagend bleiben, dann bleiben die Leute hilflos. Und wir haben einige konkrete Vorschläge, einen habe ich schon erwähnt, also wirklich, da ist die Schweiz da sehr wichtig, dass eben wir, die Linke in der Schweiz, fordern muss, dass ein Handel und eine Finanzierung von Erdölförderung, wie ich es hier erwähnt habe, und Kohle, dass das ab sofort verboten sein muss. Das muss, finde ich, ganz klar sein. Dann haben wir die Idee der Pharma fürs Volk entwickelt. Die Schweiz ist der, sind eine der Hotspots der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie entwickelt sich zu einer toxischen Geschichte, die immer weniger das macht, was die Leute brauchen, sondern den Gesellschaften schmarotzerhaft enorme Ressourcen entzieht und keine Antibiotiken mehr entwickelt, obwohl wir wissen, dass das genau das ist, was wir brauchen, bis vor kurzem auch keine Impfstoffe mehr entwickelt hat. Jetzt macht man es, weil man hofft, ganz viel Geld verdienen zu können, aber wenn die Pandemie vorbei ist, wird das zusammenfallen. Wir brauchen die öffentliche Kontrolle über die Pharma-Produktion. Wir müssen hier einschreiten und wir haben ein konkretes Modell, wie man das machen kann. Wir verlangen jetzt beispielsweise von Novartis, dass sie ihren Generika und Antibiotika-Teil dem Bund für einen Franken überlässt, damit wir einen Cluster aufbauen können von Pharma-Firmen, von der Forschung bis hin zur Produktion und bis zum Vertrieb von Sachen, die wir brauchen. Also ganz konkret, oder? Und eine dritte, konkrete Geschichte ist die Sache der Rückverteilung, also die Ronja angesprochen hat, selbstverständlich, ist absolut zentral. Der Vorschlag hier ist eine Corona- und Klimasolidaritätsabgabe von drei Prozent auf Vermögensanteile über einer Million Franken. Da sind dann noch selbstbewohnte Immobilien ausgenommen und die Anteile dann ab einer Million, die sollen während zehn Jahren zu drei Prozent versteuert werden. Das gibt die Summe von 300 Milliarden Franken über diese zehn Jahre. Jedes Jahr 30 Milliarden Franken. Damit kann man etwas machen. Und was wir auch vorschlagen, ist, dass die Hälfte dieser Mittel so eingesetzt werden müssen, dass sie dem globalen Süden zugutekommen. Da kann zum Beispiel ein Projekt Pharma fürs Volk eben entsprechend ausgerichtet werden, dass beispielsweise alle diese Krankheiten, die vor allem im Süden vorkommen, wie Malaria etc., wirklich systematisch angegangen werden, dass jetzt auch Antibiotika und Impfstoffe speziell auch so aufbereitet werden und vertrieben werden, dass die ärmeren Länder davon profitieren. Das sind unsere konkreten Antworten. Aber mit den Grundsätzen bin ich vollkommen einverstanden. Ja, nur eine kurze Antwort darauf. Ich sehe den Punkt, dass wir konkret sein müssen in der Linken, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, ich glaube nicht, dass die Linke daran krankt, dass sie keine konkreten Ideen hat in solchen Zirkeln, wo wir jetzt darüber sprechen, sondern das Problem ist ja, dass die Linke die visionären Ideen nicht nach draußen trägt, sondern dann irgendwie mit den Kompromissen in die Diskussion einsteigt. Das Problem ist nicht, dass wir noch nie darüber nachgedacht haben, irgendwie die Pharma zu verstaatlichen, glaube ich, sondern das Problem ist, dass wenn es darum geht, okay, was sagen wir jetzt in der Öffentlichkeit, was fordern wir mit unserer nächsten Initiative, was fordern wir auf der Bühne des bürgerlichen Parlaments, dann fordern wir halt eben nicht diese Dinge und dann verschwinden diese Ideen wieder in der Schublade und ich glaube, wir haben nicht ein Problem mit Ideen, sondern wir haben ein Problem mit Mut schlussendlich und das ist wirklich so ein bisschen mein Eindruck. Also ja, auch noch kurz, genau, das ist auch das grosse Problem, dass man sich momentan gar nicht getraut die grundlegende Fragen zu stellen, also das ist ja auch innerhalb des Klimastreiks und so weiter, wie viel kann man fordern und so weiter und ich glaube eben, es mangelt uns auch nicht an Ideen, aber dort, wo man sie konkret anknüpfen kann oder man hat einerseits eine Linke, die in den Parlamenten ist, die wie eben gesagt einfach momentan in gewissen Ländern, in vielen europäischen Ländern zum Beispiel auch einfach einen Kompromiss mitträgt, der eigentlich genau gegenläufig ist zu das, was auch die Bewegungen momentan auf der Strasse wurden, wiederum die Bewegungen sind seit mehreren Jahren auf der Strasse oder eben in gewissen Ländern sehr stark, seit ein paar Monaten, wie zum Beispiel in Chile, sie haben aber keinen direkten Einfluss, also es verläuft dann auch sehr schnell wieder und ich glaube, dort müssen wir irgendwie auch neue Formen finden, wie wir wirklich auch diese Ideen umsetzen können, also ist ein Parlament wirklich noch zeitgemäss oder braucht es neue Formen der Demokratie und so weiter, also braucht es halt, also wir kriegen auch die demokratische Kontrolle über alle Mittel und wie wir das konkret erreichen, also das sehe ich momentan, das Problem ist, dass wir haben irgendwie tolle Ideen, die wir irgendwie gerne sagen, ja, das muss gemacht werden, aber dann der Schritt dorthin, der fehlt ganz konkret. Also zentral wäre ja den Einfluss der internationalen Konzerne auf den Markt einzudämmen oder wie ihr sagt, zurecht zu stutzen und ja, da fehlen mir dann doch im Buch etwas die konkreten Rezepte, jetzt ausser dieses, wie du erwähnt hast, Beat, Pharma fürs Volk, ausser, abgesehen davon fehlen mir dafür dann doch etwas die Konzepte. Also es ist doch immerhin jetzt das Erste, das ich gehört habe für eine Pharmapolitik der Linken seit Jahren, was man konkret machen könnte. Ich glaube einfach nicht, dass ich, wenn ich das etwas zu spitz formulieren darf, gegenüber meiner Vizepräsidentin selbstverständlich, mit der wir ja dann diesen Mut entwickeln können auch zusammen, dass sich Radikalität darüber definiert, wie laut man radikale, abstrakte Konzepte formuliert, sondern Radikalität bedeutet, im Konkreten einen Vorschlag zu machen können, wie man Macht- und Herrschaftsstrukturen infrage stellt. Und darum finde ich das Konzept zu sagen, wir schlagen eine Pharma fürs Volk vor, im Wissen, dass ich werde wahrscheinlich keine parlamentarische Initiative zu diesem Thema machen, weil es vergeudete Energie wäre, damit über das mit Thomas Eschi diskutieren zu wollen. Thomas Eschi ist übrigens nicht das Problem, die Grünliberaten sind das Problem in diesem Fragen, falls jemand sich noch mit dem Gedanken schlägt, diese Partei zu wehren, klar, geschlossen, um das zu klären. Einerseits, aber gleichzeitig auch so etwas wie die Klimawerkstätten, wo mir dann etwas, und das ist mir wichtiger, was Jonas gesagt hat, anschliessend, dass es gibt, das ist kein Konzept, das nach Revolution schreit, aber das eben einen spannenden Effekt hat, auf den wir abzielen. Die Klimawerkstätten, die Repairwerkstätten, das kennen inzwischen sehr viele, oder man kann die Geräte dort bringen, etc. Und solange das an einzelnen Orten passiert, ist das zwar super und ich gehe dorthin, aber es ist primär nett. Und die kleine Differenz, wo das zu einer Systemfrage wird, ist dann, wenn wir das systematisch machen, wenn das zum neuen Dreh- und Angelpunkt wird, von Gemeinden und Gesellschaften, dann zerfallen Hunderte von profitorientierten Konzepten, weil du dann nicht alle zwei Jahre eine neue Waschmaschine verkaufen kannst, sondern die kann in dieser Klimawerkstätte repariert werden, weil du dann dein Handy reparieren lassen kannst. Natürlich musst du dann auch dafür kämpfen, dass es die Offenlegung aller Baupläne gibt. Originellerweise haben das die Importeure von Ersatzteilen in der Schweiz gegenüber der Autoindustrie bereits weitgehend durchgesetzt. Also können wir noch über Elektroautos streiten, aber das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, wo das schon geschieht. Und diese Verbindung zu sagen, auf der Makroökonomie die grosse Macht in Frage stellen, dort wo sie zur Hinderung von Fortschritt wird und gleichzeitig sagen, wie können wir das im Kleinen machen, halte ich nicht für so ein unambitioniertes Konzept, aber logischerweise, sonst hätten wir das Buch ja auch in diesem Linie nicht geschrieben. Ein zweiter Satz ist mir noch wichtig und da müssen wir auch darum kämpfen, das ist uns völlig klar. Der Servicebüblek kann immer auch sehr national interpretiert werden, eine starke nationale in der Geschichte in der Schweiz mit der Entwicklung der SBB etc. Wir glauben aber, dass das ein Ansatz, ein Punkt, den man kann, den man darüber hinaus entwickeln kann und dass eigentlich die Schweiz in einem, in einer, in einer extrem guten Ausgangspunkt ist und wir es darum machen und das unterschätzen wir manchmal als Linke in der Schweiz. Es gibt praktisch kein Land im näheren europäischen Umfeld, in dem die demokratische Kontrolle über Basisinfrastrukturen wie Elektrizität, wie Strom, wie Wasserversorgung übrigens auch wie weitgehend Gesundheit so weit in der öffentlichen Sphäre gehalten werden konnten wie in der Schweiz. Das ist in Frankreich, Deutschland, Italien nicht mehr der Fall und das ist einer der Hauptgründe und die Linke vergisst das auch immer, warum dieses Land besser durch die Krisen gekommen ist, zum Beispiel nach 2008. Das ist nicht der Finanzplatz. Der Grund ist, dass diese stabilisierten Faktoren, kann man vielleicht sagen, öffentlich-rechtlich kontrolliert sind, unter anderem, weil sie viel weniger anfällig sind auf die Krise und darum schien uns dieses Konzept brauchbar zu sagen, wenn das als stabilisierend funktioniert in der Krise in der Schweiz, warum kann das dann nicht auch eine europäische oder globale Antwort sein auf die globalen Krisen, die wir haben? Nun bräuchte es aber für die Realisierung dieser europäischen oder globalen Care-Gesellschaft vor allem auch mehr internationale Kooperation. Absolut. Ihr skizziert da in eurem Buch ja irgendwie auch die Schaffung von globalen öffentlichen Diensten, wie ihr es nennt, und verweist da auf die bereits existierenden Sonderorganisationen der UNO, ja, also zum Beispiel die UNESCO, die Entwicklungsbank, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter. Man hat aber im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass man sich international nicht mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Seht ihr da, habt ihr da irgendwie Hoffnung darauf, dass ich das in näherer Zukunft bessern könnte? Also, die Frage geht an alle. es ist, haben wir Synchron, Synchron-Ballett. Es ist völlig klar, vielleicht haben wir das im Buch zu wenig unterstrichen, aber für mich ist es völlig klar, dass die entscheidende Kraft für Veränderung aus Bewegungen kommt, aus der Empörung der Menschen, aus der Hoffnung, die sie haben auf Veränderung, auf den gemeinsamen Entdecken. Wir haben Stärke, wenn wir uns einbringen. Das ist für mich ganz klar, und das ist auch, was du schon gesagt hast, das Buch kann das nicht ersetzen. Kein Programm kann ersetzen, dass Menschen in Bewegung kommen. Und du hast auch die Frage aufgeworfen, wie geht es jetzt weiter mit diesen Bewegungen? Das ist eine sehr zentrale und auch hier, das ist nicht der Schwerpunkt dieses Buches, aber für unsere Diskussion ist es natürlich sehr wichtig. Ich meine, die Bewegungen, Frauenbewegungen und auch Klimabewegungen jetzt in den letzten vergangenen anderthalb Jahren haben etwas Richtiges gemacht, indem sie sehr breit gewesen sind. Sie haben mit generellen Zielen, allgemeinen Zielen operiert, aber darauf verzichtet jetzt ganz konkrete Geschichten zu benennen und das hat Kraft gegeben, weil sich ganz viele Leute haben zusammenführen lassen über diese generellen Ziele. Und jetzt kommt aber eine nächste Phase. In der nächsten Phase müssen wir darüber nachdenken, wie es gelingt, wirkliche Veränderungen nun in Gang zu bringen. Bis jetzt ist es eine Art Verschiebung des ganzen Koordinatensystems gewesen, des politisch- gesellschaftlichen, das hat einiges möglich gemacht, aber wenn wir jetzt weiterkommen wollen, dann können wir nicht einfach dasselbe wiederholen. Das lässt sich nicht machen, sondern wahrscheinlich braucht es eine Phase, in der es gelingt, Bewegungen und politische Interventionen, Organisationen, Gewerkschaften usw. so zusammenzuführen, dass sie in ganz konkreten Feldern Durchsetzungskraft bekommen. und das wäre jetzt die Herausforderung im Zusammenhang mit dem Strike for Future dann im Mai, gemeinsam zu schauen, wo gelingt uns das, oder? Weil nur wenn uns, wenn wir die, wenn Bewegungen auch konkret für die Leute anschaulich, zum Beispiel eine Migrototal zu einer anderen Geschäftspolitik bringen können oder erreichen können, dass wir eine, dass der Bund die Bänden einrichtet für Zehntausende von Menschen, die heute von Arbeitslosigkeit bedroht sind und in anderen Bereichen, aber wir dringend Leute brauchen, eben beispielsweise Leute aus der Flugbranche hinführen zu Care-Diensten, hinführen, aber auch zu Gebäudesanierungen und all diesen Dingen. Wenn uns das gelingt, dann sind die Leute auch wieder motiviert, in Bewegungen sich weiter zu engagieren. Das scheint mir etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein und da meine ich, Ronja, ich bin nicht einverstanden mit dir, dass die Linke so viele ganz konkrete Geschichten hat, die wirklich durchdacht sind. Ich glaube, da versuchen wir einen wirklichen Beitrag zu leisten, hier konkreter zu werden und das ist wichtig, oder? Du hast schon gesagt, Cedric, die Linke hat sich um die Pharmaindustrie in den letzten 20 Jahren in der Schweiz einfach nicht gekümmert. Ich finde das schrecklich, ich fand das auch als Denknetzsekretär immer schrecklich und habe versucht, und es ist uns auch gelungen, eine Fachgruppe aufzubauen und wir bleiben jetzt dran, eben dieses Thema einzubringen und die Schweizerlinke hier fit zu machen, dass sie Ideen hat, was sie fordern kann. Und dann entsteht die Brücke zu der globalen Situation. Genau, auf die Brücke habe ich jetzt gewartet. das eine ist eben Bewegungen, auch im internationalen Feld, und ich würde mich sehr freuen, wenn es der Klimabewegung gelingen würde, so etwas zu machen wie die Gleichheitsbewegung mit den Weltsozialforen, Weltklimaforen zu etablieren, also sich zusammenzubringen und auch dann wirklich gemeinsame Forderungen zu entwickeln. Und da versuchen wir auch mit dem Buch die Ideen zu geben. und wenn wir jetzt die Frage stellen dieser internationalen Organisationen, UNO, WHO etc., dann finde ich, müssen wir heute feststellen, die wurden von rechts und von neoliberaler Seite extrem geschwächt und wirklich fast kaputt gemacht. Die WHO hat ein Jahresbudget von zweieinhalb Milliarden Dollar. Das ist lächerlich. Und es ist dann noch so, dass von diesen zweieinhalb Milliarden Dollar sind nur 500 Millionen Dollar reguläre Beiträge, über die sie frei verfügen. Die restlichen zwei Milliarden müssen sie das machen, was die Geldgeber ihnen sagen. Mit dem kann man einfach nicht arbeiten. Das ist absurd, das ist unmöglich. Und da schlagen wir vor, dass die Schweizer Linke verlangt, dass die Schweiz jährlich 500 Millionen der WHO einfach gibt. Nachher können wir dann diskutieren über die Politik, die die WHO macht. Aber es gibt keine Alternative, dieses Kampffeld dieser Organisationen wirklich zu betreten und sagen, wir brauchen ganz andere öffentliche Institutionen, die immerhin kollektiv erstellt werden, in denen Debatten stattfinden, welche Politik macht man, die man kritisieren kann, beeinflussen kann. Wir brauchen eine starke WHO, die wir dann auch wirklich dorthin bringen, wo sie uns nützt. Solche Ideen müssen wir konkret in der Schweiz aufbringen, mit einer globalen und internationalistischen Sicht. Ja, also ich stimme dir da unglaublich zu. Ich glaube, also meine, momentan sind irgendwie wirklich die UNO-Institutionen sind ja wirklich nur noch irgendwie leere Hülsen. Also gerade auch im Bereich Klimaschutz sieht man das irgendwie sehr gut. Ich war in den letzten zwei Jahren an den Klimakonferenzen und also das ist das Trotz von Antidemokratie oder antidemokratischen Strukturen dort, also dort bestimmen einfach ganz wenige also grosse Mächte, sprich die USA, China, Russland und Saudi-Arabien und vielleicht noch Brasilien oder so. Und ich glaube, dort müssen auch, wir müssen unbedingt diese Institutionen stützen, wir müssen sie komplett neu gestalten, also wenn wir auf internationaler Ebene irgendetwas zum Klimaschutz erreichen wollen, dann brauchen wir ein völlig neues System, das was jetzt ist, das ist eigentlich nur irgendwie ja ein Machtinstrument von Ölkonzernen und grossen Playern und bringt eigentlich nichts, obwohl sie eigentlich auch gewisse Instrumente haben, um zum Beispiel Bewegungen und sogenannte Social Actors da einzubinden. Aber was ich irgendwie auch das Problem sehe, wenn wir einfach sagen, wir geben der WHO irgendwie mehr Geld und so weiter, dass wir nicht auf den Grund das Problem gehen. Also was gerade die UNO-Institutionen momentan machen, ist, sie bekämpfen eigentlich ganz viele Symptome, also zum Beispiel eigentlich auch das World Food Program oder auch irgendwie das IKRK, das ist gut, das ist eigentlich einfach da, um Symptome zu bekämpfen, aber sie rennen eigentlich immer den Problemen hinterher, oder? Und zum Beispiel irgendwie die ganzen Konzerne und so weiter, also das World Food Program muss nachher irgendwie Leuten irgendwie Essen liefern, weil sie sich nicht mehr selber versorgen können, weil irgendwie Nestle einfach alles zerstört hat oder Syngenta und so weiter. Und ich glaube, dort brauchen wir ganz neue Konzepte und eben, wir brauchen globale Bewegungen und also die haben wir auch und wir stehen ja erst am Anfang, also wenn wir sehen, was die globale Wirtschaftskrise auch bringen wird, wird das noch massiver werden. Also wenn ich euch richtig verstehe, besteht nicht viel Hoffnung, dass in nächster Zeit so auf institutioneller, politischer Ebene sich da viel tut, gibt, aber die Hoffnung wäre, dass aus den Bewegungen, die global im Moment entstehen, dass daraus längerfristig eine andere Art der internationalen Kooperation entsteht. Ja, also das hoffe ich sehr stark, also nur ganz kurz einfach so, das glaube ich auch, weil einfach momentan, also das sehen wir, haben wir in diesem Jahr einfach gesehen, dass die Institutionen eigentlich praktisch unfähig waren, eine Lösung auf dieser Krise zu finden und dass eben gerade irgendwie sehr viele zivile AkteurInnen waren, die momentan eigentlich neue Ideen einbringen, es waren irgendwie, es waren zivile AkteurInnen, die die Rettungs-, also die Solidaritätsnetzwerke aufbauen, währenddessen der Bund, der Swiss einfach zwei Milliarden hinterher geworfen hat, die nicht mal irgendwie soziale oder ökologische Vorgaben beinhaltet haben. Ja, nein, also ich bin bei der letzten Aussage völlig einverstanden, ich sage immer, ich habe im ganzen Umzug den einfachsten Job, als Mitglied des Nationalrats. Mir ist völlig klar, dass wir erst etwas durchbringen, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse gegeben sind und die werden nicht im Parlament gemacht, sondern wir übersetzen dann, wenn die Gesellschaft längst viel weiter ist. Also da überhaupt keine Differenzen, die Illusion über einen Vorstoss wäre die Welt verändert, habe ich noch nie gehabt, ich hätte fast gesagt abgelegt, aber noch nie gehabt. Trotzdem würde ich schwer dafür plädieren, diese Differenz zwischen dem machbaren und zwar reformistisch machbaren, aber nicht in einem bewahrten Sinne und dort, wo wir sind, nicht künstlich gross zu machen. Wenn wir die WHO als Beispiel nehmen, oder wir hatten eigentlich ursprünglich auch ein noch längeres Kapitel über die WHO im Buch drin, mussten es dann, weil wir uns nicht ganz an die Vorgaben des Verlagers gehalten haben, wieder kürzen, aber was noch abgedruckt ist, die WHO ist die WHO-Verfassung und ich empfehle euch allen, neben der Empfehlung das Buch zu kaufen selbstverständlich, einfach diese WHO-Verfassung mal zu lesen und dann die Erklärung von Alma Ata, die in den 70er Jahren von den Akteurinnen und Akteuren erarbeitet wurde und dann die Geschichte anzuschauen. Heute wäre das ein linkes Konzept, also der Dagi würde schreiben, ein linksextremes Konzept von Gesundheitspolitik und was nach der Erklärung von Alma Ata geschehen ist, ist auch der teilweise systematische Aufbau, insbesondere in den Amerikas, von Grundversorgungsbasis, Gesundheitsinfrastrukturen unter Einbezug der Bevölkerung und das wurde gebrochen, weil die globalen Eliten genau verstanden haben, was geschieht. Nicht, weil es nichts genützt hat, sondern weil es tatsächlich die Abhängigkeit der Menschen von der Pharmaindustrie und vom grossen Kapital massiv reduziert hat, sie haben das sehr schnell verstanden und die Geschichte ist aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden, es gehört zu den Geschichten, die systematisch ausgeblendet werden, die verleugnet werden. Wir waren da als globale Gesellschaft schon mal weiter. Und das ist das Faszinierende. Und daher kommt der Vorschlag zu sagen, die WHO zu stärken. Und klar, dann muss man über den Inhalt sprechen, aber die WHO trennen ein paar Milliarden von der Frage, ob sie in der Zentralafrikanischen Republik Basisinfrastrukturen in der Kürze aufbauen kann, wo zu Beginn der Pandemie drei Beatmungsgeräte zur Verfügung standen. Ein paar Milliarden. Das ist ein Fingerschlag in der heutigen Global und darum geht es, glaube ich, diesem Buch, diese Ohnmacht zu überwinden und auch in einer öffentlichen Debatte zu sagen, wir sind nicht so weit entfernt von dieser anderen Welt. Und ich hadere manchmal etwas mit der Linken damit, die sich stark beschäftigt, diese Differenz so gross wie möglich zu machen. Ich verstehe das nicht ganz, warum wir daran ein Interesse haben sollten. Warum halte ich es auch faktisch für falsch? Wenn du sagst, wir sind gar nicht so weit von dieser Vision entfernt, was fehlt, was müsste passieren, wie viel fehlt? Ein ganz anderes, ganz banales Beispiel, zugegebenermassen, ist dieses Public Green Class Abo, das wir vorstellen. Die SBB haben mir das mal angeschaut, dieses Green Class Abo entworfen. ist die Idee, dass man ein Elektroauto mieten kann, dann ein Generalabo hat und Abos für Mobility. Ich habe mir das mal ausgerechnet und wenn dann der Monatsbetrag kommt, dann lässt man es dann wieder liegen für so normalverdienende Leute. Und wenn wir das jetzt umbauen würden, ganz konkret, in ein Abo, dass wir sagen, die SBB hat einen Auftrag, kombinierte Mobilität für alle, die auf das Auto verzichten, übrigens auf das Privatauto, Mobility und Generalabo, nicht einmal gratis oder so, sondern für ein paar tausend Franken, sodass es offensichtlich nach zwei Minuten überlegen, für jede Familie lohnt. Dann machen wir einen gewaltigen Schritt weg vom motorisierten Individualverkehr. Auch da, es ist nicht so wahnsinnig viel und es ist nicht per Zufall die SBB bei aller Kritik, die ich ja mittrage, ein öffentlicher Dienst, der in der Lage ist, um den zu entwickeln. An der Ebene, aber auch genau als natürlich die internationalen Organisation. Aber auch Sondo, im Moment, wo Sondo, wir sagen einen Franken, die Eigentumschaft kann Sondo auch zu einem Markpreis von, keine Ahnung, 20 Milliarden kaufen, wenn es Sinn macht. In dem Moment, wir könnten das auch neu aufbauen als Staat, wäre es möglich, Generika, aber Indien tut das. Es ist keine Hexerei, man kann das machen. Und bei diesem Willen, diesen Willen wieder zu betonen, etwas banal gesagt, geht es uns auch um das. Kommen wir nochmals auf die Schweiz zurück, zum Schluss. Also die Wahlen vom 27. September haben ja doch ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich weiss nicht, wie ihr das seht in dieser Runde. Man hatte so das Gefühl, es geht doch in Richtung eines Linksrutsches. Oder wie bewertet ihr das? Ich glaube, es gibt vor allem ein bisschen eine Verschiebung in gesellschaftsliberalen Themen. Ich glaube, dort sind inzwischen einfach vor allem Allianzen möglich. Ich glaube schon, dass die neoliberale Erzählung durch Corona gewisse Risse bekommen hat, eben gerade, weil die Leute eben gemerkt haben, dass es nicht so geil ist, wenn irgendwie mit Grundversorgung Profite gemacht werden. Aber ich bin sonst so wirtschaftspolitisch schon auch immer noch ein bisschen skeptisch, dass wir hier einen krassen Linksrutsch haben. Weil ich glaube, gerade bei den Abstimmungen, wo wir jetzt stark waren, haben wir auch mit relativ finanzpolitisch-konservativen Argumenten zum Teil hantiert. Wir können uns das nicht leisten, diese Kampfschätze zu... zumindest auch eine Steuerabstimmung, die man gewonnen hat. Voll, aber das ist ein bisschen... Also ja, man hat eine Steuerabstimmung gewonnen, aber es wäre auch recht krass, wenn wir jetzt mitten in einer globalen Pandemie, wo die Armen am meisten leiden, noch den Reichen noch mehr Cash hinterher schmeißen. Bin ich auch froh, dass wir das gewonnen haben, aber ich glaube, es ist noch kein Indikator für eine viel, viel linkere Schweiz. So wirtschaftspolitisch. Ich glaube, was sich trotzdem in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert hat, ist, dass diese Alleinstellung der wirtschaftspolitischen Argumente nicht mehr ganz so viel zählt, glaube ich. Es ist nicht mehr ganz so fest ein Totschlag-Argument, sondern andere politische Felder werden auch ein bisschen mehr mitbeachtet, gerade irgendwie der Klimabereich etc. Ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich positiv ist, aber ich glaube, an der neoliberalen Basis hat sich leider noch zu wenig geändert. die Kampfjets werden ja fast abgelehnt wurden, aber das muss man trotzdem sagen, es haben trotzdem irgendwie 50% dazu irgendwie einem Vorschlag zugestimmt, der irgendwie einfach 24 Milliarden verbrennt. Also die hätten wir auch irgendwie auf der Europa-Lei ein großes Feuer machen können, hätte uns gleich viel gebracht. aber ich glaube, was einfach auch das große Problem ist, ist, dass er eben, wenn es einen Linksschutz gibt, dann ist er nicht genug schnell. Also ich meine, das sieht man momentan wieder, also irgendwie, die Rechte kann einfach alles irgendwie durchdrücken, dass eben auch den Armen schaden, sie muss da keine Hemmungen haben, sie haben jetzt auch in der Schweiz irgendwie Zeit, bis 2023, bis sie das nächste Mal gewählt werden müssen. Ich meine, die FDP hat da ganz kurz irgendwie ihre grüne DNA entdeckt und die ist ja wieder rausgeschnitten worden. Also ja, ich glaube, es geht einfach gar nicht, wirklich nicht genug schnell und wenn wir, es reicht nicht einfach darauf zu hoffen, dass jetzt irgendwie in den nächsten Jahren ein wenig Linker gestimmt wird oder so, sondern es braucht wirklich halt in den nächsten Monaten, es braucht ganz konkrete Bewegungen auf der Strasse, die hat einen anderen, ja, einen Wandel vor und diesen auch selbst beginnen, dort wo er nicht gemacht wird von der Politik, weil auf das können wir wirklich halt nicht zählen. Genau, also eine sehr konkrete Antwort auf die Corona-Krise, aber auch auf die Klimakrise ist ja das Investitionsprogramm, das die SP fordert, also dass man eben nicht mehr jetzt in zerbende und nicht zukunftsträchtige Branchen investiert, sondern in ökologische und sozialverträgliche Branchen, genau, sehen Sie, seht ihr hier auf dem Podium Chancen, dass man hier einen Fortschritt erzielt, jetzt in dieser Pandemie, dass man eben nicht einfach weitermacht wie bisher und der Swiss jetzt zum Beispiel noch eine nächste Kreditbranche ohne Bedingungen bereitstellt. Ich glaube, dass diese Pandemie eine ganz tiefgreifende Erfahrung ist in der Gesellschaft. Mal noch unabhängig davon, welche genauen Verschiebungen das dann sofort in der Politik sichtbar werden, ist das eine ganz tiefe Erfahrung, eine Erschütterung in vieler Hinsicht. Und die erste Phase der Pandemie hat auch eine positive Erfahrung gebracht. Du hast vorher gesagt, es gab eine Solidarität, die war individualisiert. Ich bin nicht sicher. Es gab auch eine starke Erfahrung einer Situation, in der es um alle gegangen ist. Es hätte sein können, dass sich ein neoliberales Programm sozialdarwinistischer Art durchgesetzt hätte. Lassen wir doch ein paar Millionen Alte sterben. Die sind sowieso schon alt und die kann man für nichts mehr brauchen. Damit erlauben wir uns aber, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Es wurde auch versucht. Es wurde auch versucht und wird weiterhin versucht. Aber wir erkennen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kraft, die eine Gesellschaft hat, entsteht, wenn man für alle eine Option hat. Sobald man das Preis gibt und wieder den Kampf aller gegen alle etabliert, dann ist die ganze Kraft wieder weg und das wird jetzt die nächste Erfahrung sein, die uns bevorsteht, dass jetzt sehr gestritten wird. Aber da war auch die Erfahrung, wie wichtig es ist, Programme zu haben für alle. Und da glaube ich, in Verbindung mit dem, was du sagst, Jonas, da müssen wir jetzt anknüpfen. Unmittelbar, ich würde mich sehr freuen, wenn der Strike for Future hier eine wichtige Rolle spielen könnte. eben eine gemeinsame Diskussion zwischen Leuten aus Gewerkschaften, Klimabewegung, Frauenbewegung und so weiter. Was sind jetzt die acht, die zehn Sachen, die uns am wichtigsten sind? Ich fände es sehr gut, wenn uns das gelingen würde, konkret zu werden und eben wirklich zu antworten auf das, was jetzt die Leute massiv beschäftigt. Was ist die Zukunft? Was bringt die Zukunft jetzt in den nächsten, unmittelbar für mich und in den nächsten Jahren? Und gleichzeitig, und da wollen wir mit diesem Buch einen Beitrag leisten, auch wieder die Kraft zu schöpfen für die Auseinandersetzung für die nächsten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre. Wir müssen wie beides machen. Ich muss hier unterbrechen, langsam, weil wir zum Schluss kommen müssen, schon, leider. Die Zeit rennt ein bisschen davon. Aber vielleicht anknüpfen daran noch eine Frage an dich, Jonas. Also eben die linken Erfolge der Schweiz, man kann schon sagen, der letzten Zeit, der letzten Jahre haben sicher stark mit dem Drive der Bewegungen zu tun, mit dem Klimastreik, mit dem Frauenstreik. Beim Klimastreik stellen sich jetzt gerade im Moment ja ziemlich grundlegende Fragen. Also man steht da ein bisschen an einem Wendepunkt. Man hat viel erreicht, oder zum Beispiel bei den letzten Parlamentswahlen einen, ja, die grüne Welle sozusagen ausgelöst. Man hat erreicht, dass das CO2-Gesetz zumindest ein bisschen besser wurde. Nun stellt sich ja wie die Grundsatzfrage, wie schafft man es jetzt weiterhin den Druck hochzuhalten, dass man nicht einfach mit so einem, mit einem nichts, mit einem unzureichenden CO2-Gesetz, dass man da nicht stecken bleibt. Und ihr habt ja im Moment auch intern ziemliche Diskussionen, weil manche das Referendum befürworten, andere nicht. Was sind da so deine Gedanken dazu? Ja, also ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Erzählung von Bewegungen, die dann Erfolge haben, in denen sie einfach Leute in die Parlamente werden. Also, Entschuldigung, es bringt einfach, also diese Grünen bringen uns, ehrlich gesagt, auch nicht viel mehr. Also wir haben trotzdem eben, die Suisse hat zwei Milliarden erhalten und so weiter und es ist dann eben einfach irgendwie, ja, es ist dann einfach eine Sumaruga, die eben dieses Paket dann schnürt, statt irgendwie eine Doris Leuthard. Also das ist, was man macht das schlussendlich für einen Unterschied. Und solange wir da nicht konkret Dinge auch Mehrheiten haben, bringt es uns ehrlich gesagt sichtlich wenig. Und auch was den Erfolg angeht, bin ich da eher pessimistisch eingestellt. Vielleicht merkt man, dass ich jetzt nicht gerade so optimistisch was den Erfolg der Bewegung angeht, aber da müssen wir uns einfach ehrlich mit uns sein. Also das kommt schon einfach ein bisschen aus diesem Narrativ der Grünen irgendwie aus den letzten Jahrzehnten, dass sie da zuerst eine Bewegung waren und jetzt irgendwie konkrete Erfolge feiern können. Und ich glaube, ja, wie es jetzt weitergeht, ist schon, dass wir uns eben nicht irgendwie auf ein gewisses gewissen Erfolgen oder vermeintlichen Erfolgen ausruhen können, sondern wirklich ehrlich mit uns sein müssen. Wir müssen ehrlich sein, dass Kipppunkte jetzt erreicht werden, dass jetzt Menschen sterben auf der ganzen Welt und dass es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wirklich halt einen radikalen Wandel braucht. Und wie vorher schon gesagt, der Strike Future ist sicher ein nächster Schritt. Wir brauchen die Organisierung der arbeitenden Bevölkerung, die wirklich auch streikt, die sagt, hey, wir sind nicht mehr einverstanden mit diesem System. Wir wollen den Kapitalismus schlussendlich auch überwinden. Wolltest du noch was dazu sagen? Nur wenn du sagst, es ist die Abschlussrunde nur ein Wort. Ich würde einfach dafür plädieren, also völlig einverstanden, ja nicht den Parlamentarismus, das Parlament als Vollendung der Träume zu verstehen, sondern als eines der Kampffelder unter vielen und dann mit seinen Limitierungen. Für die Schweiz ist das, was der Parlamentarismus, wie er sich verändert hat in den letzten zwei Jahren relativ signifikant, aber dass das nicht ausreicht hätte zumindest ich nie behauptet. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist die Strategie des Klimastreiks völlig richtig. Ich würde das nur nicht gegeneinander ausspielen wollen. Das wäre nicht unsere Aussage gewesen. Man muss jetzt dieses Konzept abschreiben und uns vertrauen, was wir in der sozialdemokratischen Fraktion machen. So stark sind wir noch länger nicht, da bin ich realistisch. Also es gäbe natürlich noch viele Anschlussfragen jetzt an das, was ihr gesagt habt, aber ich möchte jetzt eigentlich das Podium gerne oder die Diskussionsrunde gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ja, ich denke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es kann kein Recht geben, auf irgendeiner Basis die Klimageschichte, die Klimaerhitzung voranzubringen und die Zivilisation, die menschliche zu gefährden. Das geht nicht. Und dass das nicht geht, das muss aus gemeinsamer Wille in Klimabewegungen entstehen und weitergetragen werden in möglichst die gesamte Bevölkerung. Ohne das ist klar, da sind wir verloren, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen für diese Priorität zu mobilisieren. Und das ist eine von vielen. Die andere Priorität ist, es kann nicht gehen, dass acht Menschen gleich viel Vermögen haben wie 50 Prozent der Weltbevölkerung. Das geht nicht. Das ist nicht zukunftsfähig, es ist auch nicht gegenwartsfähig, es ist total zerstörerisch. In der Pandemie haben jetzt über 100 Millionen Menschen, ist die Schätzung der Weltbank, in die totale Armut gerutscht. Die Definitionen der Weltbank sind ja äusserst fraglich. Weniger als 1,90 Dollar pro Person und Tag ist dann die Armutsgrenze. Ich meine, das ist eine extreme Armutsgrenze, nicht eine Armutsgrenze. Aber das geht einfach nicht mehr. Das ist die Grundlage für Veränderungen. Und jetzt die konkrete Geschichte, wie wir Druck ausüben, das müssen wir gemeinsam jeweils entwickeln, wie wir das tun wollen. Da gibt es meines Erachtens keine einfach generelle Antwort. Wenn zum Beispiel, wenn sich die Klimabewegung zusammen mit der breiteren Bewegung darauf einigt, unsere Forderung ist Ausstieg aus der Finanzierung von Treibsand, Tiefseebohrungen, Fracking. Und dann gehen wir hin und identifizieren, wer in der Schweiz tätig ist und das finanziert. Und dann besetzen wir diese Firmen und üben Druck aus. Und von da aus kann man dann im Parlament auch Vorstösse machen. In solchen Schritten sehe ich, wie man konkret gemeinsam Bewegungen stärken und aufbauen muss, die dann wirklich erfolgreich werden. Ich weiss nicht, ob das befriedigend ist. Es gibt kein generelles Rezept, sondern das muss man immer wieder konkret erarbeiten, wie man den Druck hinkriegt. Aber dahinter steht sicher diese generelle Geschichte, wir können nicht tolerieren, dass aus irgendwelchen Freiheitsvorstellungen heraus Menschen umgebracht werden und ganze Zivilisationen gefährdet werden. Das muss aufhören. Das wurde auch mehrfach in den Kommentaren angesprochen. Vielleicht nur noch eine Anekdote zu der Frage von vorher. Ich glaube, wir mussten es im Buch streichen. Ich habe ehrlich gesagt die eine-millionste Version, die dann im Druck war, nicht mehr ganz im Kopf. Aber wir zitieren die Freiburger Thesen der deutschen FDP aus den 70er-Jahren. Und ich glaube, wir mussten den Abschnitt streichen, in dem die deutsche FDP fordert, Umweltzerstörung müsse zum Straftatbestand erhoben werden. Das war mal eine liberal-freisinnige Position. Heute würde das als extrem links gelten. Aber nur um zu sagen, es ist nicht so weit weg, dass diese Diskussionen über Wirtschaftsfreiheit in anderer Form geführt wurden. Selbstverständlich haben alle Journalistinnen und Journalisten als erstes die Frage gestellt, Service Public, das sind doch zuerst wir, warum sind wir nicht im Buch? Darum haben wir uns nicht ins Buch genommen, weil wir wussten, die Frage wird kommen. Und es ist aber absolut berechtigt, im Sinne von, wir versuchen im ersten Teil des Buches auch zu zeigen, wie systematisch, oder die Frage aufzugreifen, wie systematisch gerade die Klimakrise, ja auch mit dem, was man heute Fake News, mit Lügenkampagnen gegen wissenschaftliche Erkenntnisse, beispielsweise Shell, die sehr früh wussten, was sie anstellen mit ihren Wirtschaften, systematisch eigenen Studien versteckt, verleugnet, gegen Studien finanziert haben, die nachweislich falsch sind, etc. Und ein Mittel dagegen ist ein aufgeklärter Journalismus. Einverstanden. Und es ist manchmal schwierig in der heutigen Zeit, einverstanden daran noch zu glauben. Aber ich glaube, auch dort ist die Erkenntnis relativ banal. Der schweizerische Journalismus, Politjournalismus, den Rest kann ich nicht so beurteilen, ist in der Krise, insbesondere aufgrund seiner ökonomischen Krise. Ich sehe das heute in der Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten. Ich kann Ihnen sagen, den meisten Journalistinnen und Journalisten kann ich erzählen, was ich will. Die haben eh keine Chance, das nachzuprüfen, ob ich das jemals schon etwas anderes gesagt habe. Weil sie am Mittag das online schalten müssen, um drei Uhr das Audio feilen, um sechs den Text für morgen abgeben. Das ist kurzfristig für Politikerinnen und Politiker noch relativ bequem, aber für eine Demokratie verheerend. Und dann springen wir auch in dieser Kurzfristigkeit. Es gibt immer weniger die Möglichkeiten, das zu hinterfragen. Aber es gibt ja auch die Versuche des Widerstandes. Also die Republik bei aller Bescheidenheit und vor allem nicht, weil sie hier das Podium moderiert. Aber vor allem die Watts beweist ja, dass ein Gegenmodell auch möglich ist, dass man vernünftigen, kritischen Journalismus machen kann und er wird gelesen. Und dann muss man als Gesellschaft die Kraft haben und sagen, ja, aber genau das ist das, was Beat vorher gesagt hat. Dort, wo die Logik der Kapitalverwertung diesem Bedürfnis so weiterläuft, müssen wir das uns als Demokratie wieder aneignen. Und übersetzt ist das simpel, ich bin der Überzeugung, es braucht eine öffentliche Finanzierung eines breiten journalistischen Konsenses, der sich an relativ wenigen, aber klaren Grundsätzen orientiert. Was verstehen wir unter Journalismus? Das muss die Branche, müssen die Journalistinnen und Journalisten, nicht die Verleger, einfach um das klarzustellen, selber bestimmen. Ich meine, wir wüssten dazu eine Stiftung gründen. Das darf nicht das Parlament entscheiden, die so stark alimentiert ist, dass sie für mindestens 15 Jahre selbst tragend ist und daraus muss kritischer Journalismus finanziert werden. Das ist ein Bestandteil des Kampfes gegen die Klimakrise und für die Servicepublik Revolution, weil ohne aufgeklärte Information, soweit liberal bin ich zu 100 Prozent, wird das nicht gehen. Ich muss sagen, jetzt geht es bei mir, weil die besonderen Ins Switzerlandха, die einzelnen Kinden sind, was da ist eigentlich, die sistemas weit genug zu finden. Das sucks, wenn ich mir Die Frage ist, es gibt historische Beispiele dafür, dass die Staaten, wie wir das vorschlagen, ganze Bereiche der Gesellschaft grundlegend neu strukturiert und aufgebaut haben und einen grundlegenden Wandel durchgeführt haben. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, ganz konkret. Es gibt noch viele Beispiele. Es gibt zum Beispiel bei der Verteilungsfrage, es gibt ein Beispiel, das zeigt, was ihr möglich ist und man kann nur staunen. Deutschland war ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gesellschaft, die am Boden lag. Und dann haben die Leute durchgesetzt, dass es eine Vermögensabgabe gibt von sage und schreibe 50 Prozent, damit der Reichtum, der bei wenigen war, möglichst wieder auch für viele verfügbar wird. 50 Prozent, das heisst, die grossen Vermögen, die Leute mussten 50 Prozent abgeben, verteilt auf viele Jahre, weil es ja auch sinnvoll ist, eben einen permanenten Geldfluss zu haben. Das haben die gemacht. Mit Erfolg, mit grossem Erfolg. Wir staunen nur, das weiss gar niemand mehr. Das ist auch eine Frage einer kritischen Öffentlichkeit, dass solche Informationen eben gar nicht verfügbar sind. Dann das andere grosse Beispiel, das ja auch immer wieder aufkommt, das ist die Geschichte des New Deal unter Roosevelt in den USA in den 30er Jahren. Auch eine grosse Krise, eine riesige Krise, in der die Frage war, setzt sich weltweit der Faschismus durch oder gibt es Alternativen? Und da gab es eine klare, auch durchaus immer noch bürgerliche Kraft, aber die sich dann offen zusammengetan hat mit Linken, mit Gewerkschaften und unglaublich viel umwälzende Geschichten in kürzester Zeit in Gang gebracht haben. Auch ökologische, mit Beschäftigungsprogrammen, mit riesigen Programmen wieder ganze Teile der USA aufzuforsten, weil man gemerkt hat, wie verheerend es ist, wenn die Wälder kaputt gehen, als ein Beispiel. Also dieser Green New Deal ist ein, der New Deal damals ist eine wichtige Erfahrung und wird dann in diesen Green New Deal Konzepten auch wieder aufgegriffen. Und dann gab es die vielen Revolutionen, die leider auf Dauer gesehen bis jetzt nicht wirklich zu nachhaltigen Erfolgen geführt haben. Aber das waren auch immer Versuche, in Gesellschaften eben diesen gesamten Wandel wirklich auch erfolgreich dann durchzuführen. Das begann in der Sowjetunion 2017, also damals ist sie noch Russland, und Kuba, China und, und, und. Dass das so gescheitert ist, ist eine der grossen Tragödien, die wir auch verstehen müssen, warum das so ist. Heisst aber nicht, dass die Erfahrung, dass man grundlegend ganze Gesellschaften auf eine andere Schiene bringt, nicht immer wieder sehr interessant ist, und dass man das genau studieren muss, was da geschehen ist, und was auch für uns heute noch aktuell ist davon. Ich möchte gerne noch ein Beispiel anfügen, weil ich es schade finde, wenn der New Deal hier so positiv dargestellt wird. Es war wahrscheinlich auch ein Klassenkompromiss. Es war nicht nur die Frage, Faschismus oder New Deal, sondern es war auch irgendwie, also proletarische Revolution oder New Deal, war durchaus auch die Frage, und da wurde das auch im gewissen Sinne verhindert. Zum Beispiel, also das Beispiel von Rojava, finde ich, muss man da doch auch noch einbringen, weil es irgendwie auch unter ganz speziellen Umständen passiert ist. Und eben auch die Frage, sind Parlamente noch zeitgemäß, weil ich glaube, dass es auch eine Alternative bietet. Und in einem, also Rojava ist in Nordost-Zürien, und versucht in einer Situation, in der gleichzeitig irgendwie islamistische, also der IS und gleichzeitig irgendwie die Türkei mit Erdogan und nachher der syrischen Staat mit Assad da von allen Seiten versuchen, dieses Projekt auch zu zerstören. Und eben dort, also Rojava ist mehrheitlich kurdisch geprägt, aber mittlerweile leben da eine Mehrheit nicht-KurdInnen. Und das Spannende dort ist, dass sie gleichzeitig schaffen, eine feministische, pasdemokratische Revolution ja irgendwie aufleben zu lassen und gleichzeitig auch eben einen neuen politischen Weg zu gehen, sprich, also halt die Bevölkerung in Räten zu organisieren, die wirklich basisdemokratisch entscheiden und da neue Ansätze bieten. Eben das alles in einer Krisenregion, die gleichzeitig von unglaublichen ökologischen, mit unglaublichen ökologischen Problemen zu kämpfen hat, mit grossen patriarchalischen Strukturen und gleichzeitig sind sie im Krieg. Und jetzt auch noch mit Corona, wo zum Beispiel die WHO halt Rojava nicht das Land anerkennt und dabei zum Beispiel nicht Informationen zur Verfügung stellt und so weiter. Also einfach auch noch ein weiteres Beispiel. Darf ich noch etwas ergänzen? Ich finde eines der schönsten, ich gebe zu, aber ich finde es darum interessant, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und darum ist es auch nicht wahnsinnig neu, aber genau die Debatte, die wir jetzt führen, es war 1890er Jahre, ich erinnere mich nicht genau mehr an das Jahr, lasse mich gerne korrigieren, hat die Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung die Verstaatlichung der Eisenbahninfrastruktur beschlossen. Die Gründung der SPB, das war eine Volksabstimmung, also Volk in Klammern, wir wissen, wer alles nicht dabei war, eine bescheidene Auswahl des Volkes, aber immerhin das, was man damals in weiten Kreisen für das Volk hiess. Und das war, wenn man das nachliest, ich habe das mal nachgelesen, exakt die Debatte, die wir jetzt haben. Die Debatte war, das wird zu einer staatlichen Totalherrschaft und Bürokratie und das können wir uns nie leisten und ist viel zu teuer. Wir wissen heute, das war eine der brillantesten Ideen, die jemals jemand hatte, den öffentlichen Verkehr, zentralstaatlich in einem Land wie die Schweiz und öffentlich-rechtlich zu organisieren. Und ein Beispiel, darum ist nur ein Satz dazu, weil es mir wichtig ist, weil du es gesagt hast, die Flugzeugindustrie. Die Flugindustrie wurde staatlich aufgebaut. Es gibt all die ganze Flughafenindustrie, Airbus, die ganzen Fragen der deutsch-französischen Kooperationen, das waren alles Staatskonzerne, die diese Industrie aufgebaut haben. Nichts logischer, als dass es staatlich auch wieder abgewickelt werden kann, wenn man so will. Das waren damals Risikoinvestitionen enormer Dimensionen. Wer hat schon gewusst, ob das funktioniert? Warum sollte man das nicht in der gleichen Logik rückbauen können? Natürlich kostet das, aber nichts tun kostet mehr. Ah, die Frage. Ich bin mir so fies. Nein, ja, also ich glaube, es ist, man kann einfach mal per se auch anprangen. Also, es ist einfach so, dass man auch sagen kann, diese Probleme bestehen. Aber ich glaube eben, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich glaube, ich habe auch unglaubliche Hoffnungen, dass es anders geht. Es gibt tausende Beispiele, dass man eine Gesellschaft anders organisieren kann. also die Menschheit hat zu 99,9 Prozent nicht im Kapitalismus gelebt und sie hat trotzdem existiert. Sie hat, also ihr erwähnt das zum Beispiel in eurem Buch auch mit den Digital Commons, aber es gab über Jahrhunderte hinweg die Commons, also die Allmähne, wo die Menschen gewirtschaftet haben, das hat funktioniert. Das destruktive kapitalistische System ist ständig menschgemacht, das kann auch wieder überwunden werden. Und da müssen wir auch nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Es gibt sehr viele tolle Ideen, die werden einfach, weil nicht diese Menschen an der Macht sind, werden diese nicht durchgesetzt. Und ja, also ich glaube, ich habe da schon auch die Hoffnung, dass wir mit diesen globalen Bewegungen und gleichzeitig diesen Ideen, die wir auch aus den letzten Jahrhunderten haben, dass wir da auch in eine Zukunft kommen, die basisdemokratisch organisiert ist, die ökologisch ist, die feministisch ist, ja, wo eben alle Lebensbereiche ständig auch demokratisch organisiert sind. Ich weiss nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber überziehen dürfen. Also ich finde, dass heute Abend sehr interessant ist, diese Diskussion, weil man sich einerseits an die alten Zeiten erinnert, also es, nein, ich meine das gar nicht negativ, sondern ich erinnere mich, dass wir sozusagen aus der Bewegung heraus einen Schnitt gemacht haben, die sagt, wir wollen mit den Reformkräften nichts zu tun haben. Das führte dann jeweils dazu, dass es mir mehr als einmal in meinem Leben passiert, dass wir dann mit dem Kopf durch die Wand gingen und dann war es dann halt zu Ende. Und was ich jetzt interessant finde, was damals nicht möglich war, in den Sozialdemokraten damals war es nicht möglich, konkrete Dinge zu besprechen und zu sagen, okay, aber wir brauchen eine Bewegung dazu. Und gleichzeitig sehe ich jetzt, ja, also ihr zwei seid eigentlich was für einen netten antikapitalistischen Zug, das ist schön, aber die Frage ist ja, du musst ja dann konkret in der Klimastreikbewegung dann dich auch bewegen, weil sonst ihr die Leute friert. Und das Konkrete ist, wie kann man den Leuten eine positive Begrifflichkeit, oder so genannt, eine Begrifflichkeit geben, damit sie sich weiterhin für etwas Positives einsetzen können, obgleich sie wissen, dass das noch nicht das Ende ist. Ich hätte so viele Kritiken, meistens an das Buch, mir fehlt zum Beispiel die ganze Internetgeschichte, wie ich noch kundende für die Organisation der Zukunft, auf allen Ebenen. Und ich finde es unmöglich, dass wir uns noch keine Gedanken machen, wie wir diese vier großen Konzerne verschlagen können, global, aber auch national, das auf Klimakritik. Aber die Frage an euch beiden, wenn ihr so wollt, ist, ist, sogar an diejenigen, die die Bewegung, also die Bewegung versteht, fähig diesmal, konkrete Dinge aufzunehmen, wie zum Beispiel in diesem Buch, wirklich, meiner Meinung nach, die ganze Geschichte mit dem grünen Geherr, ist eigentlich das, was man konkret fordern kann. Ich weiß noch, damals, ich ging als 15-Jähriger nach Basel an die Besetzung der Tram-Linien, weil gefordert wurde, dass alles gratis sein soll. Es war eine ungeheure Massenbewegung. Ich könnte mir vorstellen, dass mit so einer Forderung, und das kombiniert mit einer grünen, dass das funktionieren könnte, weil dann auch wieder mehr Leute mobilisiert werden könnten. Die Frage ist an Jonas, aber auch an euch, auch an Cedric, wie können wir diese beiden Dinge diesmal zusammenbringen? Ja, also jetzt, ja, also erstmal, der Klimaschreik hat bereits vor ein paar Monaten einen Krisenaktionsplan herausgebracht, der einige, es sind etwa 20 Forderungen, oder eben nicht, oder Massnahmen, beziehungsweise aufzeigt, wie wir jetzt konkret auf die Corona-Krise Antworten liefern können. Und diese sind der Auszug aus dem Klimaaktionsplan, in dem übrigens Beat auch sehr stark mitgearbeitet hat. Also es gibt da, es ist ja nicht so, dass es einfach diese Bewegung gibt und irgendwie die Sozialdemokratin, also ich bin selbst auch Mitglied der SP. Ich bin ja auch Mitglied der SP, und wir sind ja von Anfang an, wir sind ja von Anfang an auch mit immer politischen Akteuren in Kontakt gestanden. Genau, und der nächste Schritt wird sein, dass der Klimaaktionsplan rauskommt, wir sind da wirklich im Endspurt, das wird ein 400-seitiges Programm sein, mit einer Zusammenfassung, die auch wiederum etwa 30 Seiten lang ist, aber die halt wirklich sehr umfassende Massnahmen zeigt, dass die halt von einer jeweils für beide Personen zwölfmonatige Elternzeit fordert, bis hin zu, jetzt muss ich gar nicht noch sagen, was es für eine tolle Massnahme sonst noch gibt, ja, bis hin zu eben, dass eben auch auf alle Dächer Solardächer, Solarpanels gehören und so weiter, oder? Und ja, also das ist genau das Ziel, dass wir halt eine konkrete Vision entwickeln. Der nächste Schritt ist dann, dass wir nicht von diesem Klimaaktionsplan, der immer noch sehr technokratisch auch ist, wegkommen zu einer allumfassenden Idee. Also die hat wirklich gesagt, ja, wie lösen wir auch andere Probleme? Und das komplementäre Stück dazu ist halt der Strike for Future, in dem wir sagen, hey, wir gehen auf die Strasse, wir machen das auch. Und das beginnt halt jetzt schon, weil, also wir sehen, dass in den letzten Wochen erste, in den einzelnen Branchen regeln sich erste Funken von Wiedergesprächen, also Diskussionen über Streiks und die ersten Streiks sind auch schon geschehen und werden noch passieren. Und dort ist der Klimastreik und auch die feministische Bewegung ja auch bereits mit diesen Leuten auf der Strasse und wird das auch weiterhin sein. Und ja, also es ist nicht so, dass wir einfach sagen, ja, eben, dass es nämlich jetzt die Reform ist, mit denen reden wir nicht. Aber es ist auch so, dass wir mit denen schon gesprochen haben, sehr viel, und dass da auch sehr viel Frustration um ist. Also wir haben diesen Klimaaktionsplan auch konkret mit der SP und mit den Grünen besprochen und diese waren nicht mit allen Massnahmen einverstanden. Und diese Massnahmen sind jetzt wirklich nicht radikal. Also die FDP in den 70er Jahren hätte diese vielleicht selbst irgendwie noch unterstützt. Und dort braucht es jetzt doch auch irgendwie einen grossen, ja, einen grossen Schritt von der institutionellen Politik, die sagt, hey, wir unterstützen diese Bewegung ganz klar, nicht nur mit Vorstößen im Parlament, sondern auch mit Ressourcen, aber auch eben irgendwie ideologisch, um aufzuzeigen, was überhaupt schon möglich ist, was gemacht werden kann. Und ja, voll, da könnt ihr jetzt sehr gut wahrscheinlich auch noch das ergänzen. Es geht nicht so viel ergänzen, nur um das klarzustellen. Ich war nicht Teil dieser Diskussionen über den Klimaaktionsplan mit dem Klimasteig. Ich finde, man muss schon auch ein bisschen dann noch die Dimensionen wahren. Ich würde schon der schweizerischen, institutionellen Linken zusprechen, dass sie beweglicher ist, zumindest geistig, als das in Deutschland, in Frankreich der Fall ist. Jetzt hat sich zum Beispiel die geschlossenen, zumindest zukünftigen Führungen der Sozialdemokratie und der Grünen bedingungslos hinter die Klimajugend gestellt, die auf den Bundesplatz gestreikt hat, was übrigens eine völlig harmlose Aktion war, by the way, aber für eine grosse Empörung gesorgt hat. Das wäre in Deutschland eine andere, mit Sicherheit eine andere Debatte gewesen. Ich will damit nicht sagen, man muss uns grossartig finden. Das glaube ich gar nicht. Wir sind sicher, für viele Klimastreikende das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, aber wir sind eben auch das Beste, was ihr im Moment kriegt. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld muss man zusammenarbeiten. Und ich meine das jenseits von blöden Sprüchen. Meine Erwartung ist nicht, dass der Klimastreik die SP grossartig findet und was wir vorschlagen. Gar nicht. Meine Erwartung ist nur ein Verständnis für die Dialektik, in der wir uns befinden und für diese Rollen. Und ich bin bereit, die Streikbewegung solidarisch zu unterstützen, ohne Wenn und Aber und ohne Vorbehalt. Aber ich habe als Teil der parlamentarischen Linken auch eine andere Aufgabe, die darin besteht, am Schluss den Strich zu ziehen und dann ein CO2-Gesetz, um mir die Frage zu stellen, drücke ich jetzt Nein oder drücke ich Ja. Und ich werde immer dann, und ich habe mir das einfach als Grundsatz gefällt, auf die Gefahr hin, als Reformist verschrien zu werden, wenn das Gesetz, das neu ist, besser ist als das alte, werde ich Ja drücken. Und ich werde nie eine Strategie unterstützen, die sagt, wir blockieren, bis die Revolution kommt, weil sich die nie bewahrheitet hat, empirisch, und weil ich die auch nicht für eine hoffnungsvolle Strategie halte. Und ich habe nicht mal Mühe, dass man eine andere Strategie hat. Ich finde nur, wir müssen darüber wirklich im Gespräch bleiben. Und dort, wo wir gemeinsamer Ansicht sind, gehen wir vorwärts. Und dort, wo wir es nicht sind, soll bitte der Klimastreik ja nicht sich von uns vereinnahmt fühlen, sondern seine eigene Strategie weiterfahren. Das erhoffe ich mir auch. Wir haben weder die Ressourcen, noch würden wir das wollen von der institutionellen Linke, dass man auf uns zu viel hört. Das kann schädlich sein. Aber höre ich jetzt da heraus, dass diese Punkte, die ihr ausgestellt habt, dass wir eigentlich da jetzt keinen Zusammenhang zu machen müssen? Doch, natürlich. Doch, klar. Also das hat Jonas ja auch gesagt, wir werden was suchen, aber wir wollen nicht, dass institutionelle Linke den Klimastreik vereinnahmen. Ich finde, der Klimastreik und der Klimajugend muss das Programm formulieren und dann müssen wir eine Antwort darauf liefern und sagen, wir sind einverstanden oder nicht. Wir müssen nicht jetzt schon ihnen quasi versuchen, vorzuschreiben, was sie sagen dürfen und was nicht. Das wäre die falsche Strategie. Und wir, zumindest Matteo und ich, sind jederzeit bereit, im Detail dann alle diese Forderungen zu beantworten, wo wir einverstanden sind und wo nicht. Und dann schauen wir, wo haben wir eine gemeinsame Strategie. Absolut. Es ist auch nicht so, dass wir zum ersten Mal gemeinsam sprechen. Ich finde es noch wichtig, dass, ich glaube, das, wo mehr Zusammenarbeit möglich sein muss, sind nicht nur die Forderungen, die genau deckungsgleich sein müssen, sondern ich glaube auch, wir müssen mehr an einen Punkt kommen, wo auch die insozialisierte Linke und die Bewegungslinke, sage ich jetzt mal, auch von ihren gegenseitigen Stärken ein bisschen mehr profitieren können. Es hat Vorteile, dass die SP institutionalisiert ist. Es ist viel Know-how da. Es hat Vorteile, dass die Klimastreitbewegung eben eine Bewegung ist. Und ich glaube, man müsste auch dort, wenn beide Player sich ein bisschen ihrer Rolle bewusst sind, sage ich mal, dann wird auch möglich, dass man auch mehr gemeinsam ausloten kann, wie können wir diese Stärken gegenseitig nutzen, voneinander profitieren. Was ich zum Beispiel mega cool finde, fänden würde es, wenn man zum Beispiel in der Linken darüber sprechen würde, ob etwas möglich wäre, wie ein Solidaritätsfonds im Bereich des zivilen Ungehorsams, wo man solidarisch versuchen kann, zu finanzieren, wenn junge Menschen irgendwie Bussen bekommen und sich deswegen politisch nicht betätigen können. Und ich finde, über solche Problemfelder müsste ebenfalls eine Diskussion möglich werden zwischen institutionalisierteren Linken und Bewegungslinken, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wenn dieser Austausch funktioniert, dann sehe ich darin eigentlich auch sehr viel Potenzial für die Zukunft. Ich glaube, das setzt aber halt ein Stück weit auch voraus, eben erstens, dass dieses Rollenverständnis da ist und zweitens auch, dass beide Player ein bisschen ihren Stolz vielleicht auch ablegen und nicht die Erwartungshaltung ist, wenn wir euch jetzt das geben, dann wählt ihr dafür die SP und nicht einfach nur die Grünen, sondern man muss ein bisschen bereit sein, bedingungslos für die Sache zusammen zu arbeiten. Gibt es noch eine, vielleicht letzte Frage? Scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ja, dann bedanke ich mich bei euch allen und beim Publikum für den interessanten Abend und verabschiede mich an dieser Stelle. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.